Das Video wird von OneFootball unterstützt, gönnt euch die App unten in der Videobeschreibung. Yo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jürgen und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja Freunde, heute gibt es ein Best-Off von gestern. Wir haben kranke Packs gestern gezogen, geile Spiele, unter anderem auch Lionel Messi. Jungs, das Video von heute bedeutet mir sehr, sehr viel, ehrlich gesagt. Die Zwillinge haben Lionel Messi gezogen. Ich hoffe, ihr liked das Video und kommentiert was Schönes. Die werden das auch lesen, meine Nische und mein Neppe. Ich hoffe, ihr gönnt einfach. Morgen werden wir natürlich auch streamen, ab 10 Uhr. Ihr könnt gerne eure Packs auch bei mir aufmachen, dann kommt morgen höchstwahrscheinlich auch ein Best-Off. Kuss geht raus, Dankeschön für alles. Wenn ihr liken wollt, liked ihr. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber macht einfach für die Zwillinge. Kuss geht raus, gönnt euch das Video. Let's go. 23, öffnen wir mal. Packs. Abfahrt 81er, Rabiö. Eine Ewigkeit später. Vastia. Vastia, Junge. Let's go. Wir nehmen natürlich Foden mit. Kappa. 470. Okay, Junge. Martinez. Vastia. Kuss geht raus, Bruderherz. Da hinterher. Jetzt kommt noch was krass. Komm. Für dich, Bruderherz. Okay, Steffen, auch nicht. Leider nicht. 2.000 Jahre später. 29. Let's go. Bus geht's, Junge. Zwei miteinander. Let's go, Junge. Chatverbindung. Warum? Abgebrochen. Was passiert hier? Läuft alles noch? Seid noch da? Seid bin ich noch online? YouTube-Freshdown. Der Azubi ist wieder der Clown. Aber wir sind schlau. Hau dir zwölf damit. Ich hab's dir. Okay, warte. Zwölf. Hast schön geschrieben. 83er. Tarek. Du darfst gerne an der Tisch. Noch eine Zahl. El Arabi, Bruder. El Arabi. Bert. Ich hab so ein Gefühl, du wirst jetzt was krasses ziehen. Sergio Guerrero. Gar kein Problem. Firminio. Boah, ich will gucken. Ich glaub, mein Neffe ist da. Streaming-Gabe, gell? Verläutert was? Ja, wir haben auch gestreamt. So. Sag hallo. Kameräure. Hallo. Sag auch hallo. Hallo. Nicht und Neffe. Die sind beide Zwillinge, Jungs. Und Mädels. Dibo Abi sagt auch hallo. Sag mal zu Dibo Abi hallo. Hallo. Dibo Abi. Du auch? Hallo. Warum denn, ähm, Mädels? Ich spiel's auf FIFA. Wir werden jetzt Packs ziehen. Wir müssen geile Sachen ziehen, okay? Und wenn wir ziehen, dann freuen wir uns alle. Und wir gucken, wie dein Gesicht am Ende aussieht. Von wem? Wir. Von mir? Ja. Warum? Und ich darf auch ohne. Tausend Leute gucken gerade euch zu. Ist klasse, oder? Hallo, Jungs, Azia. Alle die Daumen nach oben. Sonst gibt's Challenge. Guck, die haben alle geliked jetzt. Wir haben jetzt 1121 Likes. Was ist das? Man macht was? 200? 1200. 1200, ja? Sonst lebe ich meine Füße hoch. Drück mal jetzt ix. So, Serai. Ja? Serai zieht jetzt. Du ziehst jetzt ein Pack. Wie denn? Hä? Mach ich ein Paket, oder? Oh, ich gehöre dich. So, guck mal. Das ist scheiße, was du gezogen hast. Das wird jetzt nicht schön. Wem haben wir gezogen? Ramsey. Ist Ramsey gut? Tina hat geschrieben. Nein. Guck, die schreiben Nein die ganze Zeit. Das war nicht gut. So, jetzt ist der Erkay dran. Erkay, ich sag, du kannst manchmal nachfragen, ob es gut ist. Ist er gut? Ja, ja, gut. Geht's? Ja. Oh mein Gott. Babaspieler. Ey, tschak, los. Aber gut, guck, die haben gut geschickt. Tschak, sehne, tschak. Tschak, da? Hä? Was steht dann hier? Komm. Flascho, Timos. Das kann ich mal aussprechen, Bruder. Mein Mats geht mir auch so. Let's go, Serai. Abila. Ey. Erkay, was haben wir hier gezogen? Gieß mal. Popel. Popel. Gleich werden wir hier ein Pack ziehen, Tam. Das ist zu krass einfach. Wir machen dann alle rückwärts rollen. Auch dich? Kannst du auch dann da was kommen? Ja, ich komm auch raus. Willach. Ja, noch hier. Wollt ihr die Pack ziehen? Wer nicht das hört, der ist taub. Guck, die schreiben ja. Noch mal die Daumen nach oben. Oder meine Füße nach oben. So, wir müssen jetzt was Geiles ziehen, okay? Wir ziehen jetzt alle gemeinsam hier, okay? So, wir werden jetzt alle zusammen ziehen. Das ist was Geiles, okay? Komm mal, einmal für Serai und einmal für Erkay. Einmal Herzspam und danach geht ihr wieder rein. So, jetzt machen wir gemeinsam auf Tutumböle, Bruder. So, drei, zwei, eins, los. Gucken wir mal, vielleicht kommt da was. Okay, war code. Pinform. Oh. Das ist nicht gut. Das war nicht gut. Ne, das war aber nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ne. Das war wirklich nicht gut. Ja. Oh, Bessi! 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 Check, 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 check! Check, check, check! Einmal kurz, kurz, kurz. Und das ist ein bisschen. Ja, wir haben Bessi gezogen! Wuhu! Check, check! Ja! Ja, wir haben Bessi gezogen! Warte. Schnell. Ein Bessi ist krass. Bruder, Bruder, Bruder. Guck, jetzt machen Fotos. Jungs, einmal Foto bitte. Wartet. Einmal Foto auf Instagram. Mal Dings hier. Spameln. Einmal Foto. Belepon, Belepon, Kaberewa, come Belepon. Könnt ihr mal Screenshot machen und markieren? Also mich. Zack! Sehr gut! So, als Erinnerung oder so. Oh mein Gott, Digga! Hahaha! Schade, Untrade! Ey, Kante ist bei mir Untrade, Jungs! Bruder, was ist das für ein Peck? ich habe mich richtig gefreut gerade natürlich für mich dass ich mich aber aber ich habe mich nicht so aber ich weiß auch für die kinder so ich habe was geiles die gar kommt ich finde den nicht schlecht ich finde ich habe schon gespielt gute hase dahinter könnte aber ist sehr viel sein ich hoffe einfach in ronaldo messi im bafi irgendwie sowas bruder oder riesenunterschied zwischen meinen und seine picks ok freeze oder hasard doch hasard einer hat geschrieben wer war das gerade einer hat geschrieben einer hat gerade gesagt geschrieben oder zwei free spieler auch nani auch mal getestet gute hase eigentlich vielleicht dahinter noch christian und ich hoffe irgendwann auch die videos so krass und dann bin ich zufrieden so jetzt geht es lustiger er macht einfach so auf komm bitte ich hoffe was geil ist deutschland zm nein oder das scheiß lied passt doch dazu ne ich kann nicht öffnen öffne du bruder ich komm 83 selten spieler ich hoffe jetzt wie bei mir bruder ich hoffe wie bei mir jetzt einfach messi dahinter oder christian oder el arabi und dahinter ich glaube ich muss mich entscheiden ich bin 190 sieht man auch so messi messi tschüss ja auch kein schlecht respekt bruder